schönen guten tag freunde ich hoffe dass jetzt der ton mal angenehm ist das ist nämlich jetzt schon das dritte mal dass ich versuche fahraufnahmen zu machen und den ton dabei mitzuschneiden die ersten male habe ich mit den jungs gemacht also wir waren mit den sena verbunden wir haben alle des sena 20s evo und ich habe dann quasi bei meinem sena eingestellt dass ich mich selber höre also dieses echo und habe dann die kabel so verlegt dass die gopro quasi den ton aus meinen kopfhörern bekommt das heißt sie hat die jungs gehört hat aber auch nicht gehört das problem war man hat die motorräder nicht gehört und wir haben auch alle einstellungen um probiert es hat einfach nicht funktioniert dass irgendwie man mal das motorrad hört und das ist halt irgendwie scheiße weil da kauft man sich so ein bike was den meisten sound hat macht sich ein auspuff dran und dann kriegt man davon nichts mit und das ist auch irgendwie langweilig für euch wenn ihr das anguckt und ihr einfach gar keinen motoren sound habt deshalb habe ich mir jetzt noch ein zweites mikrofon in den helm gelegt so ein lavalier mikrofon von rode und habe das jetzt quasi direkt mit der gopro verbunden ich muss aufpassen dass ich nicht so laut spreche weil ich glaube sonst übersteuert ganz schön weil das mikrofon ist ziemlich empfindlich ja jetzt fahre ich mal allein um das zu testen weil ich weiß dass der ton funktioniert nur ich weiß dass es halt ein bisschen zu laut ist deswegen muss ich jetzt aufpassen dass ich hier nicht so rum brille beim fahren und ich hoffe dass man jetzt auch mal was vom bike hört deswegen testen wir das heute mal und im selben zug werden wir heute ein paar wheelies üben weil ich habe mir dieses jahr vorgenommen endlich mal wheelies zu lernen ich meine ich fahre seit ich zehn bin motorrad ich bin jetzt 27 und ich konnte noch nie richtig wheelies und das finde ich schon ist so ein muss vor allem ich fahre motocross seit ich 13 bin und beherrscht das ding eigentlich ganz gut würde ich sagen aber so ein wheelie kontrolliert am kipppunkt fahren kann ich einfach nicht und ich finde das richtig geil sieht so nice aus und das habe ich mir dieses jahr zum ziel gesetzt dass ich am kipppunkt wheelies fahren kann so dass ich nicht schneller werde und da tasten wir uns jetzt dieses jahr mal ein bisschen ran also genießt dieses video ich hoffe es unterhält euch ein bisschen mal gucken was so abgeht man erlebt ja immer mal ein paar lustige sachen beim fahren und ihr könnt mir sagen auf was ihr so bock habt also wenn ich die straße mal komplett wählen kann dann kann ich ich finde man also die leute die einfach nur ein wheelie machen bzw nur das vorderrad einfach mal hochziehen so wie ich jetzt finde ich ich würde noch nicht behaupten ich kann wheelie ich finde man kann nur sagen man kann wheelie wenn das ding einfach am kipppunkt kontrolliert gehalten werden kann alles andere ist für mich kein kontrollierter wheelie wir nähern uns der sache doch schon ich werde langsamer schneller falls ihr versteht was ich meine und noch mal kurven auch der war doch schön Ja, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wo ich hingucken soll. Ob ich jetzt da so durchgucke oder trotzdem oben drüber. Aber da musste ich mich halt so nach oben strecken. Und dann ist das halt auch mit dem Schwerpunkt ein bisschen scheiße. Falls ihr Wheelies könnt, wo guckt ihr bei der SMC her lang? Ja, ich habe noch nicht gehört, aber ich habe noch nicht gehört. Mensch, ich bin ja mehr am Knieschleifen als mit der Honda. Es macht halt auch einfach so Bock, hier lang zu ballern. Sogar rechts, Mensch! Ich liebe dieses Motorrad. Es ist einfach ohne Scheiß das geilste. Sogar rechts. Sogar rechts. So, kurzes Päuschen gemacht. Ich habe jetzt gerade mal einen Kumpel gefragt, ob er mal ein Bild von mir machen kann, weil ich gerne wissen würde, wie steil die Wheelies sind. Weil ich habe absolut kein Gefühl dafür. Deswegen fahren wir jetzt da mal hin. Und dann schauen wir uns das mal an. So, der gute Herr ist da. Na. Na. Ja. Na. 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 die durstige kleine Ja Amigo, da fahren wir doch noch dichter auf Hier ist 30 Also ich habe auf den Bildern gesehen, ist jetzt wie so eine Banane, sieht komplett behindert aus, deswegen muss ich mal meine Haltung verbessern Die Haltung auf den Bildern Feierabend, ich hoffe euch hat das Video gefallen, ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr denn so sehen wollt, also ob ihr mir beim Wheelies eben zugucken wollt, oder ob das zu langweilig ist. Ich versuche auf jeden Fall nochmal, wenn ich mit den anderen fahre, ein Video zu machen, aber mal schauen wie das dann mit dem Ton wird. Auf jeden Fall, bleibt immer im Sattel und bis zum nächsten Video. Auf jeden Fall, bleibt immer im Sattel und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.